Hey Leute, was geht ab? Euer Pex und heute ist es da am Start und heute gibt es hier ein kleines Mappen-Update der Adrenalinix Champions League Serie der Saison 2012-2013. Da fehlen mir noch, glaube ich, zwei Kärtchen, ja? Und ich hoffe, dass ihr oder einer von euch diese beiden Kärtchen hat. Oder ich würde mich auch freuen, wenn einer diese eine Karte hat und der andere die andere Karte hat. So ist es natürlich nicht. Hier auf jeden Fall geht es natürlich los mit den einzelnen Mannschaften, wie man es natürlich kennt von Topps oder auch wie gesagt von Panini. Diese Serie ist jetzt von Panini. Die neue Champions League Saison kommt ja von Topps raus. Also es gibt eine Topps Magitex Champions League Serie. Die wird dann halt natürlich nicht mehr Adrenalin heißen, sondern halt Magitex Champions League. Ich bin gespannt, wie die aussehen und so weiter. Und was es da für Karten geben würde. Auf jeden Fall hier Ajax Amsterdam und es gibt hier natürlich immer Starplayer, Rising Stars glaube ich noch. Ja, hier Sana Rising Star und Christian Eriksen Starspieler. Ich kann es jetzt hier nicht komplett, also komplett kann ich euch natürlich sagen, das Album. Aber ich meine hier eine Seite auf einem Bild hier, weil ich muss immer runter und hoch schieben, weil ich einfach nicht genügend Platz hier auf dem Schreibtisch habe. Oder am Schreibtisch besser gesagt. Hier geht es noch weiter mit Ajax Amsterdam und dann geht es hier los mit Arsenal London. Mit Czesny, Koscielny, Vermahlen, Per Mertesacker und so weiter. Aber alle Spieler werde ich euch jetzt natürlich nicht nennen. Hier noch natürlich Prinz Paul, die Starspieler. Junge, Junge, Junge. Denn Barcelona mit Girabke, Dani Alves und so weiter. Wen haben wir hier noch? Carlos Pioll, Leute. Den muss ich mal rausholen. Was wirklich eine Legende für sich, dieser Pioll. Ich habe den früher sowas von gefeiert. Leute, richtig geiler Spieler. Richtig geiler Innenverteidiger. Bester Kapitän EU, Carlos Pioll. Richtig geiler Spieler, muss ich sagen. Muss ich einfach so raushauen. Da unten haben wir hier natürlich noch Iniesta und wo haben wir hier? Messi, Messi, Messi. Da oben haben wir Lionel Messi. David Villa auch noch bei Barcelona. Also richtig geil, wenn man hier die Karten sieht, kann man sich schön an die Oldschool-Zeiten, sage ich mal. Und dann, okay, Oldschool vor drei, vier Jahren war es jetzt nicht. Aber scheiß drauf. Hier natürlich Bayern München. Da gibt es eigentlich nicht viele Änderungen, sage ich mal. Da kennt man die Spiele eigentlich noch. Hier Holger Badstüber noch. Shaqiri spielt jetzt nicht mehr da. Schwein hier auch nicht. Groß auch nicht. Ribéry wurde so gesagt quasi ersetzt von Douglas Costa. Alaba spielt natürlich noch da. Gustavo spielt bei Wolfsburg aktuell. Hier Gomez spielt nicht mehr da. Aber natürlich hier noch Thomas Müller und Arjen Robben. Richtig starke Mannschaft. Hier noch Benfica, Lissabon. Aber ich werde jetzt einfach ein bisschen schneller durchblättern. Und euch das Album einfach mal zeigen. Borussia Dortmund. Starspieler Mats Hummels. Perisic auch noch bei. Beim BVB. Kevin Großkreutz, der jetzt gewechselt ist zu Galatasaray Istanbul. Mit Prinz Podolski. Mit Prinz Podolski. Oh yeah. So, Chelsea auf der nächsten Seite. Mich stört es persönlich auch ein bisschen, dass ich immer so hoch und runter schieben muss. Aber ich kann es nicht anders machen. Ich muss mir da noch was anderes einfallen. Wenn ich nämlich irgendwo anders aufnehme, kann ich aber mein Mikrofon nicht mitnehmen. Dann ist der Ton wieder bescheiden schön, sage ich mal. Ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Galatasaray. Mit Altintop als Starspieler. Geiler Starspieler, definitiv. Dann Juventus Turin, Paul Pogba, Pirlo, Vidal, Asamoah, Marquisio, Lucio auch noch da. Es war nämlich, die Saison zuvor war er nämlich beim FC Bayern München noch. Und dann ist er halt nach Juventus Turin gewechselt. Und heutzutage spielt er, glaube ich, gar nicht mehr. Hat aufgehört. Man City. Mit Joe Hart. Klischi. Kolarov Company. Jaja Touré. Jaja. Jaja, 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 Jaja. Aiden Chico, Aguero, Carlos Tevez. Ja, Manchester United kommt danach. Cleverley. Wie kann man hier noch so nennen? Nani. Giggs. Der ist irgendwie jetzt hier Co-Trainer oder so. Ich weiß jetzt nicht. Auf jeden Fall sitzt er immer neben der Bank, neben Louis van Gaal. Ich glaube, Co-Trainer oder sowas müsste er sein. Wayne Rooney. Arzt im Mailand. Aber, aber, aber. Aber ich werde jetzt hier einfach ganz schnell durch. Hier Rubinho, Pato. So geht es eigentlich. Dann sieht man eigentlich alle Spieler. Bloß halt nicht die kompletten Karten hier unten. Aber die Spieler sieht man alle. Und die da unten sieht man wenigstens den Namen. Muss ich immer bloß nach links und rechts schieben. Dann haben wir hier. Ja, Nordschland. Keine Ahnung, was das für ein Verein ist. Olympique Piakos. Auf jeden Fall habe ich die Base-Karten eh alle komplett. Das kann ich ja schon mal vorspoilern. Porto. Paris mit Zlatan Ibrahimović. Dann Real Madrid noch mit Kaká. Natürlich CR7 hier unten schon. Higuain. Modric. Esien. Wie die Karte da früher aussah, Leute. Oh mein Gott. Da kriegt man einfach Angst. Da kriegt man einfach Angst. Alonso. Schalke hier. Dann Scharjet-Jongitz. Haben wir hier. Da haben wir noch Douglas Costa. Stellscharf. Jawohl. Douglas Costa. Dann Valencia. Zenit St. Petersburg. Und dann kommen wir hier schon zu den Powerkarten. Nämlich zu den Goalstopperkarten. Hier mit Vermeach. Victor Valdes. Manuel Neuer. Dann hier oben. Weinfeller. Johar. Tchea. Abiyati. Dann geht es noch weiter mit einer Seite. Oder einer halben Seite. Eine Dreiviertelseite. Nee, nicht eine Dreiviertelseite. Zwei Drittel. Hier natürlich Goalstopper. Und unten geht es weiter mit den Fans Favorites. Mit De Jong. Ateta. Blazikowski. Lewandowski. John Terry. Rera von Galatasaray. Wine Gigs. Und dann fehlt mir hier eine verdammte Karte. Das ist nämlich Ambrosini Fans Favorites von AC Mailand. Leute. Wenn einer diese Karte hat. Ich bitte ihn darum. Mir eine private E-Mail zu schreiben. An PaxUnited. At gmx.de Ich würde mich sehr darüber freuen. Wenn ich diese Karte noch irgendwann bekomme. Ja. Weil ich diese einfach schon ein paar Jährchen suche. Und ich hoffe mal, dass ich einfach meine Community fragen kann. Und ich kann natürlich tauschen gegen Magitex Garten. Gegen Stickertütchen. Keine Ahnung. Gegen irgendwas, was ihr wollt. Dann haben wir hier noch Master. Da fehlt mir auch keine mehr. Da habe ich auch alle komplett. Hier oben mit Jaya Touré, David Silva, Wayne Rooney, Van Persie, Boateng, Thiago Silva, Ibrahimovic. Dann noch mit Özil, Benzema, Huntela. Dennoch fünf Topmaster, die ich auch alle habe. Messi, Tschech, Aguero, Ronaldo und Philipp Lahm. Und dann haben wir hier den Salat. Nämlich, es fehlt mir eine Legende. Ich habe hier nämlich die Legenden Franz Beckenbauer, Scheringham, Laudrup und Luis Figo. Figo habe ich sogar doppelt. Also wenn einer tauschen würde, die letzte Legende, die mir fehlt gegen Luis Figo. Ich wäre ihm so was von dankbar. Das gibt es eigentlich gar nicht. Auf jeden Fall fehlt mir hier noch eine Legende. Es müsste hier glaube ich hier dieser Julit sein. Gut, Julit oder keine Ahnung wie man ihn ausspricht von Arze Mailand. Der mit seinen Lockenkopter. Ich denke mal ihr wisst, was ich meine. Den gibt es auch in FIFA als Legende. Auf der Xbox haben wir noch ein paar limitierte Karten. Iniesta, Casillas, Choward, Buffon. Und auf der anderen Seite noch ein paar Deutsche. Deutsche Bundesliga limitierte Dinger. Karten, Müller, Ribery, Schweinsteiger, Götze, Hummels, Lewandowski. Und da oben noch Fernando Torres, Sojojoj und Andrea Pöle. Und dann haben wir hier noch zwei Base-Karten, die es halt nicht in der Serie gibt. Die gibt es hier nicht auf der Checklist. Aber ich habe die einfach. Also so eine quasi Update-Karten. Und dann war es das hier mit dem Update. Mit dem Mappen-Update. Ich bedanke mich dann auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wie gesagt, wenn einer von euch eine Karte hat, ich wäre ihm sowas von dankbar, wenn er mir eine E-Mail schreibt. Wie gesagt, pexunited.gmx.de. Die E-Mail steht dann natürlich nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich bedanke mich dann fürs Zuschauen. Haut rein. Euer pexunited.gmx.de. Das war es Jusikowski. Und tschau.